Hast du Jugga noch schon wieder? Ja, ja, hab ich wieder. Oh, ein Stab ist fertig. Wo sind die? Weiß es nicht. Ein Stab ist fertig. Ja, kannst eh nur einer von uns tragen. Ja, aber insgesamt kannst du alle tragen, glaube ich. Ja, jeder kann einen tragen. Ja, wo ist das? Wo soll er sein? Ja, einer hat den schon aufgesammelt. Zack. Oh, was ist denn hier unten? Warst du schon mal hier unten? Wo? Ja, unten in den Katakomben. Unter dem Parker Punch. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Da kannst du irgendwie noch weiter tiefer gehen und irgendwas mit den Stäben machen. Da brauchst du aber noch dieses Musikteil zu. Da kannst du... Ich glaube, ich mochte erst mal die Raygun auf. Da ist der Stab, ich sehe den. Wo ist er denn? Der ist hier unten, aber ich komme da nicht dran. Wo denn? In den Katakomben unten? Ah, ich habe die Musikteile gefunden. Ja, hier musst du irgendwas machen mit dem Musikteilen. Da stand gerade auch irgendwie platzieren. Irgendwo. Wo war das jetzt? Ja, fertig. Ja, genau. Und jetzt geht hier noch eine Ebene runter. Da oben ist der Stab. Hier. Da oben ist der Stab. Wo? Da oben in der Ecke. Da. Da leuchtet der. Alter. Und runter hier. Mal gucken, was hier abgeht. Oh, Multikill ist hier. Alter, was ist denn hier alles? Naja. Hier, das sind diese Farben. Das ist das, was ich dir mal gesagt habe. Hier musst du die Stäbe platzieren. Ja. Platz hier mal einen. Ja, ich konnte hier nicht aufheben. Ich weiß nämlich nicht, wie ich da in den Rang komme. Aber ich glaube, der ist auch noch gar nicht fertig. Ansonsten wäre der hier irgendwo... Doch, das ist der Einzige, der leuchtet. Der muss fertig sein. Hier unten sind Templer. Ja, die laufen hier. Ja, die sind scheiße. Ah, ich weiß, wo der ist. Wo denn? Und hier lang? Ja. Wo soll er denn sein? Wo willst du denn ganz hin? Ich hab jetzt. Hier muss es irgendwo runtergehen. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Zack, 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 zack. Wo muss hier ein Durchgang jetzt sein? Wo ist es runter? Nein, das kann nur das Ding da. So, dann muss ich ja nur die Schallplatte unten irgendwo nochmal platzieren. Dann läuft die Musik. Geht er nicht, ey, schau. Ich habe ihn gerade durch so einen Tunnel gesehen, dass man auf jeden Fall hinlaufen kann. Auf jeden Fall. Okay. Oh, fuck. Ich bin gerade eingesperrt. Nimm das Schild. Du hast ein Schild. Nein, ich habe gesagt, ich war nur eingesperrt, weil der Dick über mich drüber gelaufen ist. So, ich pimpe jetzt meine Raygun auf. Kann ich mal ruhig mal machen, boah. Ja, ja. Oder die Tommygun. Wo mit der Tommygun habe ich noch so viel Munition. Das ist jetzt nur nicht, wo ich die Sch... Ach, scheiße. Ich bin ja so doof. Bitte. Ich hätte das schon längst da drauf tun können. Da ist sie. Jawohl. Oh, die leuchtet ja schön rot. Wo ist der Scheiß? Hä? Wer hat nicht schon wieder das Megafon eingesammelt? Der, der Typ. Ich glaube, der Typ hier. Ist der doof. Ich wollte gerade das Ding... Ist die Tür zu da unten wieder? Ne, ne? Da geht's. Da ist das Ding hin. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Egal, ich kann jetzt jemand anderen Typen hinterher hier. Nö, ich bleib hier. Ist gesünder, glaub ich. Sehr gut. Wo bist du denn jetzt? Ich bin mal im Juggernaut. Ich bin immer noch unten bei den Katakomben. Na, anscheinend erreicht man dann eigentlich viel. Ja, hätte der Typ mal das Megafon da hingestellt oder stehen gelassen. Ist die Tür dann jetzt... Ist der Weg nach unten dann jetzt noch offen? Der ist noch offen, aber... Die beiden Teile halt jetzt irgendwo... Was knurrt denn hier so? Weiß es nicht. Traurig genug, Polo-Mann. Das ist aber ganz gut, wenn man sich so aufteilt, ey. Ich hör irgendwas. Musik? Ich glaube, jetzt hör ich jetzt grad keine. Oh, ich bin tot. Oh, kannst du mich wieder hochhelfen? Der Riese ist auf mich draufgetreten. Ja, ich lieg. Scheiße. Der wartet mir jetzt ganz woanders. Ich bin auf dem Weg, aber... Oh, Packer Punch. Äh, beim Packer... Ne, beim Dings nicht Packer Punch, sondern beim... Ah, Juggerknock. Warte, warte, warte. Oh, wow, 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 wow. Das kann doch nicht sein. Hier ist doch gar kein Fußabdruck, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich lieg selber, Junge. Hier ist nicht mal ein Fußabdruck, ey. Ganz ehrlich. Das finde ich schon wieder schlecht. Ach, ist das schlecht. Ist das schlecht, meine Freunde. Ja, holt ihr euch erst mal eure Sachen, bevor ihr den anderen Leuten hochhelft, ey, ihr Freizeit-Mongos. Alle Waffen weg? Ja, ja. Scheiße. Was macht er denn? Der geht auch da nicht down, Alter, ohne Scheiß. Park, wo fang ich denn an, Alter? Ja. Wo war die Kiste noch? Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ob das mal überlebt, ist eine andere Sache. Guck mal hier, siehst du das Rote? Jetzt hat er den Scheiß-Stab aufgenommen, wo ich eigentlich hin wollte, Alter. Kiste ist weg. Die Kiste ist nicht mehr hier. Ich hol mir die MP40. Ich laufe jetzt weiter. Oh, Roboter. Wo bist du hingelaufen? Ja, ich laufe direkt zum Nomenze. Ich muss jetzt mal Juggernaut, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Oh, ich kriege Dresche. Ach, du bist doch so ein verdammter Penner, Alter. Mitspieler sind scheiße. Lauf, 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 lauf. Hinter uns ist der Roboter. Ich hab's gehörst. Der Typ kam jetzt so vor, der hat mir den Stab aufgehoben. Ich war nämlich kurz davor, ihn aufzuheben gerade. Ich war nämlich schon... Juggernaut kann ich mir fast, na, fast holen. Wo ist die Kiste jetzt? Die ist, glaube ich... Wir sind nirgendwo. Hinten irgendwo. Ich brauche mal Hilfe hier, bitte. Und? Ich hab den Roboter... Da ist der. Ja, ich... Ich bin auch gerade hinter mir herlaufen. Wir haben zwei hier. Ja. Schnell Juggernaut geholt. Zack. Jetzt hat der Typ sich jetzt Monkeys geschmissen. Ich muss zur Kiste kommen, Alter. Wo ist die bloß? Du musst in den Himmel gucken. Ja, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Los, ab zur Kiste. Oh, was geht denn jetzt hier ab? Jetzt kommen sie alle wieder. Da ist die Kiste. Oh, zum Glück. Er hat den Stab benutzt. Bumm. Wo ist die Kiste? Äh, Generations... Oh, geil. Und Schussverkauf. Alles. Ham-Air habe ich bekommen. Alles einkaufen, was geht. Oh, der Roboter ist immer noch hier. Scheiße, ich kann hier nichts kaufen. Ich habe hier einen Roboter am Arsch. Nein, lass mich nochmal da ran. An die Kiste. Naja, nicht gelangt. Hör, was jetzt? Er zieht mich wieder ran. Ach, der Roboter ist so ein Mongo, äh. Aber nichts fallen gelassen, der Idiot. Nein? Nein. Ich weiß, es ist eine Ham-Air wenigstens da. Wo ist die Kiste denn jetzt? Bei Generator 3. Bist du noch da? Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Zu viele Zombies. Generator 3. Wow, wow, wow. Lauf. Boah, fast wieder down gegangen, Alter. Ja, der eine liegt jetzt da hinten. Ich bin jetzt bei Generator 2. Ah, ich bin hinter dir. Bist du mit Generator 3 ankommen? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf.